Das klingt vielversprechend. Ein Fernseher im beliebten 55-Zoll-Format mit scharfer UHD-Auflösung, aktuellem Android-Betriebssystem, guter Ausstattung und das zu einem überaus attraktiven Preis. Damit nicht genug. Der neue TCL C715 ist mit einem sogenannten QLED-Bildschirm ausgestattet. Ob der Fernseher nur auf dem Papier eine gute Figur macht, klärt unser Test. Dank der UHD-Auflösung ist das Bild des neuen TCL knackig scharf. Um normale Fernsehprogramme mit niedrigerer Auflösung auf UHD hoch zu skalieren, setzt der Hersteller laut eigenen Angaben auf die Hilfe künstlicher Intelligenz. Die führt zu eher weichen Bildern ohne auffällige Nachschärfung. Gut so. Mit seiner farbstarken QLED-Technik ist der Fernseher auch bestens für HDR-Filme geeignet. Er beherrscht dabei alle gängigen HDR-Formate. Dabei passt das Gerät seine Helligkeit nahezu perfekt an das Bild an, sodass auch in sehr hellen Bereichen keine Details verloren gehen. Das ist in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich. Blendend hell ist der TCL allerdings auch mit HDR-Filmen nicht. Seine Strahlkraft liegt eher im unteren Bereich. Bislang gibt es QLED-Fernseher hauptsächlich von Samsung, allerdings mindestens eine Preisklasse teurer. Im Test gefiel beim TCL zwar die typische QLED-Farbenpracht, wirklich tiefes Schwarz zeigte es aber nicht. Außerdem störte ein recht kräftiges Bildruckeln. Für die Preisklasse war das Bild freilich allemal in Ordnung, zumal es solche Farben sonst nur bei deutlich teureren Fernsehern gibt. Mit drei HDMI-Anschlüssen bietet der TCL ausreichend Platz für die Kabel weiterer Geräte. Eine Internetanbindung ist wahlweise über WLAN oder ein Ethernet-Kabel möglich. Einen Kopfhörerausgang gibt es auch. Außerdem lässt sich ein Kopfhörer oder Lautsprecher per Bluetooth koppeln. Über zwei USB-Eingänge sind Fotos und Videos abspielbar. TCL verspricht außerdem packenden Raumklang durch Dolby Atmos. Davon war im Test wenig zu hören. Die beiden Lautsprecher in der TV-Unterseite lieferten aber einen ausgewogenen und annehmbaren Klang. In die Bedienung müssen sich Käufer des TCL etwas hineinfuchsen. Die knappe Anleitung bietet nur wenig Hilfe. In den Einstellmenüs sorgen Übersetzungsfehler für Fragezeichen. Dank Android TV 9 greifen Nutzer auf eine große Auswahl an Streaming-Apps inklusive Disney Plus zu. Außerdem gibt es eine Sprachsteuerung zur freihändigen Bedienung. Das Arbeitstempo ist hoch. Der Fernseher reagiert flink auf Eingaben. Nur beim Aufwachen aus dem Standby lässt er sich mit rund 35 Sekunden viel Zeit. Wer mit der Bedienung zurechtkommt und sich nicht am Bildruckeln stört, bekommt mit dem TCL C715 einen gut ausgestatteten Fernseher mit toller Farbwiedergabe und ordentlichem Ton. Dank Android-Betriebssystem lassen sich die wichtigsten Streaming-Apps installieren. www.santien.de внимание zum mobilen Aufwachen auf Untertitelung des ZDF, 2020